Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir nochmal ein bisschen mehr zu Nachrichten machen. Nachrichten sind nämlich mehr als einfach nur Text, das habe ich euch schon mehrfach gesagt. Wir haben nämlich noch einige Funktionen, die wir uns noch nicht angeguckt haben, die natürlich unser Bot auch durchführen kann. Und nein, ich habe eigentlich nicht vor, den Wichtel-Bot hier zu benutzen, sondern wieder den Tutorial-Bot. So, und zwar haben wir hier eigentlich bloß Sachen gemacht, wenn unsere Nachricht Hello Bot enthält und wenn unsere Nachricht Stats enthält. Ja, das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal folgendes. Wir sagen Elif und dann haben wir hier unten drunter ein Else. Okay, das heißt, bei allen anderen Nachrichten machen wir das hier unten. So, und jetzt haben wir hier Möglichkeiten, wie zum Beispiel einfach die Nachricht zu löschen. Das heißt, es ist nur noch Hello Bot und Stats Nachrichten erlaubt. Alle anderen Nachrichten werden automatisch gelöscht. Und das kriegen wir super einfach hin, indem wir einfach sagen Message.Delete. Ja, da braucht man jetzt nicht wirklich viel dazu tun. Man kann das natürlich auch mit der History machen. Ich habe euch ja gezeigt, wie ihr durch die History durchlupen könnt. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel Nachrichten raussuchen, die anstößigen Inhalte enthalten, irgendwie Wörter, die ihr blacklisten wollt oder sowas, und die einfach löschen. Das könnt ihr jederzeit einfach tun. In unserem Fall machen wir das jetzt einfach mal mit allen Nachrichten, die nicht Hello Bot oder Stats sind. Und die werden sofort gelöscht. So, wir gucken mal ganz kurz. Hello Bot bleibt wunderbar dran stehen. Da kriegen wir sogar noch die PN hinten dran, dass wir quasi benachrichtigt werden hierfür. Und danach schreiben wir einfach mal Hallöchen. So, und wir sehen, dass gerade mal nichts passiert. Ah, das liegt daran, dass ich aus Versehen hier kein Await gemacht habe. Für einen Message.Delete muss man natürlich auch ein Await dran schreiben, sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Ihr habt gesehen, die persönliche Nachricht, die ist gelöscht worden. Aber ja, das war was anderes, glaube ich. So, probieren wir das Ganze nochmal. Sorry, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Hallöchen. So, und wir sehen, dass auch diese Nachricht hier nicht gelöscht wird. Warum passiert das? Nun, dafür gibt es eine logische Erklärung und ihr werdet wahrscheinlich das häufiger mal haben, dass ihr das nicht dürft. Das liegt ganz einfach daran, weil unser Tutorial Bot natürlich diese Nachricht hier nicht geschrieben hat. Normalerweise darf man nur seine eigenen Nachrichten löschen. Aber ich mache mal ein kurzes Beispiel. Ich darf auch die Nachricht vom Tutorial Bot löschen. Der Tutorial Bot aber darf nicht meine Nachrichten löschen. Warum? So, nun, wenn wir mal hier rüber gehen auf unseren Code, dann sehen wir hier, dass wir einen Fehler 403 verbitten bekommen. Missing Permissions. Und das ist schon so aussagekräftig, da müsst ihr gar nicht mehr weiter nachdenken. Euch fehlen, beziehungsweise eurem Bot fehlen die Rechte, sowas zu tun. Und was wir jetzt dagegen machen ist, egal welche Rechte ihr hier bei den Bot Permissions wirklich drin habt, ihr könnt einfach direkt hier auf den Bot Testing Server gehen, die Server Settings aufrufen und dort die Member aufrufen. Und dort könnt ihr dem Tutorial Bot Rollen verteilen. So, zum Beispiel irgendeine Rolle. Jetzt haben wir natürlich keine Rolle außer Add Everyone. Sprich, jeder hat diese Rolle. Ähm, ja, müssen wir wohl was anderes machen. Nun, wir fügen eine neue Rolle hinzu und nennen die einfach mal Admin. Okay? Der Admin ist natürlich gelb-golden. Und der darf alles tun. Das heißt, der darf das machen, der darf das machen. Und der ist Administrator, der darf Audit Logs sehen, Manage Server, Manage Roles, Manage Channels. Ähm, wie gesagt, das solltet ihr mit einem Bot nur sehr, sehr vorsichtig machen. Der Bot kann dann wirklich alles kaputt machen, okay? Wenn ihr dem Bot so eine Administrator-Rolle gebt. Da ich euch aber zeigen möchte, zu was ein Bot alles fähig ist, weil es gibt ja auch Bots, die wirklich für Administration gedacht sind, ja. Deswegen gebe ich jetzt meinem Bot so viele Rechte, okay? Ähm, das heißt, seid da bitte, bitte vorsichtig dabei. Ähm, und ja, macht das nur, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut. Wenn ihr auch wirklich wisst, was der Bot tun soll am Ende. Ansonsten gebt ihm genau die Rechte, die er hier braucht. Manage Messages ist zum Beispiel, dass er Nachrichten löschen kann. Das ist das, was wir gerade nicht hatten. Also das, was wir gerade tun wollten, wo uns aber die, ähm, die Berechtigung gefehlt hat. Und das hier unten, das dürfen alle. Er darf Member muten, defen, also quasi die Taub schalten, ja. Er darf sie verschieben von einem Voice-Channel in den anderen zum Beispiel. Und er darf Priority-Speaker benutzen. Das habe ich noch nicht mal selber mitgekriegt, dass man das machen kann. Ähm, oh, und man kann mittlerweile in Server streamen. Wow, das sind neue Funktionen, die ich auch noch nicht festgestellt hatte. Das sind coole Sachen. Ähm, das muss ich definitiv mal ausprobieren. Das ist gar nicht so uninteressant. Muss ich mal gucken. Ähm, was wir jetzt allerdings hier machen, ist, wir weisen natürlich unseren Membern mal Rollen zu. Ich bin natürlich Administrator und der Bot ist jetzt auch ein Administrator. So, Admin-Bot, hier ist er. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal und schreiben hier rein Hallöchen. Und ich habe den Bot nicht neu gestartet. Ihr habt es gesehen. Der Bot hat hier eine Nachricht gelöscht. Er durfte das, ohne dass ich den Bot neu gestartet habe. Und ich bekomme sogar noch mein Feedback, gelöschte Nachricht, Hallöchen. Warum kriege ich das? Naja, weil eben diese Nachricht gelöscht wurde. Okay. Das heißt, so harmoniert es dann miteinander. Selbst wenn der Bot eine Nachricht über Message.delete löscht, bekommt ihr über diesen Notifier hier eure Mitteilung. So. Ähm, selbstverständlich kann man auch Nachrichten, ähm, ich mache jetzt mal das hier wieder als Kommentar, damit wir es nachher zwar noch sehen können, aber damit es nicht automatisch passiert. Ähm, ja Quatsch, dazu brauchen wir keinen Kommentar. Ähm, selbstverständlich kann der Bot auch Nachrichten editieren, ja, mit Edit. Ähm, und dort könnt ihr angeben, dass der Content das hier dann sein soll. Also, der neue Content soll sein. Ähm, Message. Punkt Content plus Edited by TutBot. So, finde ich einen coolen Namen. TutBot kann man machen. Ähm, starten wir den mal neu. Okay, und machen das hier. So. Und wenn wir jetzt hier dann die Nachricht editen, dann sagen wir hier mal Hallo. Ach, sagen wir einfach Hallo dazu. Und hier sehen wir das nächste Problem, was Rechte angeht. Denn wir bekommen hier auch wieder einen 403 Error Code. Man kann Nachrichten nicht editieren, die von einem anderen User geschrieben wurden. So, das kann nicht mal der Administrator. Das kann nicht mal ich beim Tutorial Bot. Ich kann sie nur pinnen und ich kann sie löschen. Ich kann sie nicht editieren. Man kann nur seine eigenen Nachrichten editieren. Und das funktioniert aber ohne Probleme. Das ist ziemlich cool. Aber eben nicht die Nachrichten von jemand anders. Warum sollte das relevant sein? Nun ja, man hat ja zum Beispiel die Möglichkeit, seine alten Nachrichten zu editieren. Auch als Bot kann man das. Und warum darf man das nicht bei anderen Leuten, selbst wenn man Administratorrechte hat? Naja, ganz einfach, ich könnte hier die Nachricht editieren von jemand anderem, also sprich zum Beispiel von irgendeinem User auf dem Morpheus Discord und könnte ihm in den Mund legen, dass er quasi, keine Ahnung, ein Nazi ist oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich absolut nicht okay. Deswegen ist das einfach grundsätzlich gesperrt. Ich kann seine Nachrichten löschen, weil ich ihn, naja, ich darf ihn zensieren, weil er vielleicht Sachen sagt, die nicht okay sind. Aber ich darf ihm nicht Sachen in den Mund legen, die er nicht gesagt hat. Und das finde ich auch durchaus okay. Das darf auch kein Bot. Aber wie gesagt, das eigene Feld darf man schon editieren. Das ist okay. Was man allerdings durchaus machen kann und darf, ist Nachrichten zu pinnen. Und Nachrichten zu pinnen ist das Letzte, was ich euch heute zeigen möchte. Zumindest glaube ich das. Ja, Nachrichten pinnen ist das Letzte, was ich euch heute zeigen möchte. Zusammen mit anpinnen, weil das für mich dazu gehört. Also pinnen und anpinnen. Pinnen ist quasi die eine Variante und anpinnen ist quasi das Gegenteil davon. Ähm, so. Und wir wollen diese Nachricht jetzt pinnen. So, Message.pin. Die hat überhaupt keine, keine Ahnung, die hat gar nichts, ja. Die hat, ähm, keine Parameter oder sowas. Die wird einfach nur ausgeführt. Und wie das aussieht, das sehen wir hier. Na, logg dich ein. Jetzt. Okay, wenn ich jetzt also dies ist eine gepinnte Nachricht schreibe. Achtung, der Inhalt ist völlig irrelevant. Ich möchte nur demonstrieren, wie das aussieht. Dann pinnt der Bot das automatisch hier dran. Das heißt, die Nachricht wird dann am Ende hier oben festgehalten. Egal, wie viele hundert Nachrichten noch kommen, die Nachricht ist hier oben über die Pinned Messages immer verfügbar, ja. Und da kann man auch immer hinspringen und man sieht die Nachricht direkt. Was man jetzt allerdings tun kann, ist, man kann sie wieder anpinnen, dann ist sie eben nicht mehr. Und, ähm, ja, dann findet man sie auch nicht mehr hier oben. Sprich, man hat sie halt wieder weggepinnt, weil es eben vielleicht nicht mehr so relevant war. Das ist zum Beispiel super sinnvoll, wenn man irgendwie Neuigkeiten hat oder News hat, die kann der Bot dann quasi erkennen. Vielleicht sind es auch News, die der Bot selber geschrieben hat. Und dann kann er die News auch wieder anpinnen, also entpinnen, also das englische anpinnen, ja, mit U-N, ähm, wenn er sozusagen das nicht mehr als News erachtet. Okay, das geht dann folgendermaßen, ähm, wir sleepen jetzt hier erstmal, time.sleep, sagen wir mal 5 Sekunden, ja, damit wir damit auch schön experimentieren können. Und dann anpinnen wir die Nachricht wieder, awaitMessage.unpin. Ähm, selbstverständlich könnt ihr das auch mit Nachrichten aus der History machen. Das habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr auf die History zugreifen könnt. Ähm, und dort dann eben die Nachrichten anpinnen, die vielleicht nicht mehr aktuell sind. Und ja, das hier ist jetzt eher ein konstruierter Nutzungsfall, aber ich denke, da findet ihr auf jeden Fall was Nützliches dabei. So, wenn wir jetzt hier was schreiben, dann ist das ein temporärer, temporärer Pin. Dann wird die Nachricht angepinnt, ja, wir finden sie hier oben. Und warten wir mal ganz kurz, dann ist sie plötzlich nicht mehr angepinnt. Ist das nicht toll? Das heißt, der Bot kann Nachrichten pinnen, und kann sie wieder entpinnen. Super gut. Ähm, ich denke, damit kann man schon sehr, sehr mächtige Bots machen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.